So, drei hat er. Das muss jetzt aber erstmal reichen. So, Angriff Fleischkohlen. Ne, ne, was machst du da? Oh. Ha. Okay, die wollen wohl nicht, dass wir allzu lange hier drin bleiben. Na gut, gehen wir raus. So. Das Inventar ist aber immer noch nicht wirklich sehr geordnet. Das kommt auch wegen den ganzen Pfeilen, die wir noch hier haben. Aber Düner hier kann jetzt ja den Spruch erstmal lernen. Und gleich ein bisschen für uns identifizieren. So. So. Speichern wir mal kurz ab. LP22. So. Könnte jetzt ein bisschen langweilig werden, weil ich werde einfach nur mit ihr immer wieder schlafen, identifizieren und schlafen. Ähm, langweilig im Gegensatz zu dem super spannenden Aufdecken von Newbie-Gebieten. Aber, na gut. Und ein Level-Up habe ich auch noch bei ihr. Das habe ich ganz übersehen. Das hatten wir ja vorher schon mal. Ähm, aber da wir laden mussten, ist er jetzt neu da. Und wir haben, genau, Level 2. Die waren beide nicht so toll. So. Und schlafen. Gut, gut. Was haben wir an schönen, schönen magischen Sachen? Einmal magische Geschosse. Das bekommt wieder Immun. Die hat ihren letzten Stab hier verbraucht. Und die Pantelons. Die Ringe auch mal, der Vollständigkeit halber. Die helle Bade. Gut, die war nicht, äh, verhext. Sonst hätte er sie jetzt ja nicht abnehmen können. Den Ring auch noch. Die Schriftrolle. Die Pfeile können wir uns eigentlich auch denken. Aber, na gut. Ähm, das war's dann vorerst, ne? Naja, okay, die noch, aber... Äh... So, Inventar voll. Ja. Machen wir jetzt mal die Pantelons. Also die Hosen. Die goldenen Pantelons haben sicherlich die Anfänge unseres Reiches erlebt. Sehr, sehr alte Hosen. Da sie diese Gründungszeit durch ihre schiere Anwesenheit wahrnehmen und nicht mit irgendwelchen rudimentären Augen sahen. Okay, man merkt schon, äh... Könnt ihr euch ja durchlesen, wenn ihr Lust habt. Ich putze einmal hier. Zack. Und zack. Müsst ihr nur nach der richtigen Stelle Pause drücken. So, helle Bade. Da. Helle Bade plus eins. Ist aber leider immer noch ein Speer. Ne, beim nächsten Level Up. Wo ihr einen Fertigkeitspunkt bekommt, kriegt Minster einen Punkt drauf. Und das war's schon. Schlafen. Ein Schutzring plus eins. Ein Schutzring plus eins. Und das war die Schriftrollen, die wir von den Mädchen bekommen haben. Schutzformel gegen Untote. Spezielle Merkmale. Immun gegen alle Untoten. Was genau wird Adidas Immun? Sie schützt die Person innerhalb dieses Kreises vor allen körperlichen Angriffen. Sie bietet allerdings keinen Schutz vor magischen Angriffen. Na gut, aber trotzdem sehr mächtig. Wirkungsdauer zwölf Stunden. Huha. Oh. Aber ist nur für ein Wesen. Reichweite neun Meter. Naja, müssen wir irgendwann mal ausprobieren, wenn es eng wird. Der Ring ging an Gerogon und der andere war Jahera, glaube ich. Obwohl sie ist jetzt ja nicht mehr im Nahkampf, also lieber an Minsk, ne? So. Er kriegt den anderen Ring. Minus drei, ja, das ist schön. So, und das war's schon wieder. Schlafen. Naja. Das sind Eispfeile. Verdoppeln mal eben den Schaden, was ganz praktisch ist. Gehen an Immun. Oh, da brauchte sich nicht mal einen Spruch mehr für. Das ist doch gut. Pfeile plus eins. Schaden nicht. So. Und der eine Pfeil. Brauchten wir auch keinen Spruch für. Schön, schön. Pfeil des Zauberbruchs. Band den Zauber, der auf dem Opfer liegt. Oh. Bricht die magische Verzauberung. Das ist doch praktisch. Auch wenn's hier in Bioskets 1 noch nicht so viele starke Verzauberungen gibt. Also Stoneskin, also Steinhaut gibt's hier, glaub ich, noch nicht. Aber trotzdem. Ab in den Köcher. Also, nicht den aktiven Köcher. Aber im Moment scheint hier nur noch aus Pfeilen zu bestehen. Zumindest der Rucksack. Die Questsachen sollten aber eigentlich alle zu wem? Gerogon, ne? So. So. Das. 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 Und Kylis Dolch. Ja, das machen wir demnächst auch nochmal. Allein schon, um es von der Liste zu streichen. So, jetzt ändern wir nochmal ihr Spruchbuch auf das. Ja, die Pfeile auch noch kurz. Feuerpfeile. Uh, was für ein Wunder. Die sind rot und das ist Feuer. Und die sind blau und das ist Eis. Ja. Na gut. So. Den auch weg. Dafür magisches Geschoss. Und das einidentifizieren lassen wir. Wir finden ja immer wieder mal was. So. Und ich decke da mal den Rest der Karte auf. Hey, Kollege. Ähm, das ging schnell. Hey, hey, hey. Immer langsam. Ich plane hier gerade den größten aller Überfälle. Wenn ihr hier solchen Lärm macht, kann ich mich ja selbst nicht denken hören. Ähm, ein Raub, das ist nicht besonders edel oder legal von euch. Gut, dann belasse ich euch alles, was edel und rechtens ist. Und ich bleibe lieber ein Dieb. Verschwindet jetzt. Na gut. Aber so ist es halt, dass Paladin, wenn er uns direkt darauf anspricht, werden wir natürlich ablehnen. So, aber weiter geht's. Hallo? Seid gegrüßt. In diesem Teil der Erde trifft man nicht häufig auf Fremde. Hat er gerade Teil der Erde gesagt? Hm. Auch so ein kleiner Fehler. Was führt euch hierher? So weit weg von der Zivilisation. Ähm, eigentlich sind wir nur ein, zwei Kartenabschnitte. Aber gut. Ähm, wir sind Abenteurer und bereit, jegliches Übel, das uns in die Quere kommt, aus dem Weg zu räumen. Welch merkwürdiger Zufall. Mein Trachten ist dem euren ähnlich. Ich bin schon die ganzen letzten paar Monate auf der Jagd nach dem Räubern in dieser Region. Hm, wie wir auch. Okay, nicht Monate, aber Wochen müssen es jetzt schon sein. Um des besseren Gelingens willen sollten wir uns vielleicht zusammentun. Was meint ihr dazu? Ähm. Hm, ein bisschen neugierig sind wir schon. Also, wir werden euch gegen die Räuber beistehen, aber nur wenn ihr uns sagt, warum ihr sie schon monatelang verfolgt. Ihr Anführer, ein Ogre namens Tazok. Tazok, der Name sagt uns doch was. Und das ist ein Ogre? Okay. Hat einen Menschen getötet, der mir sehr nahe stand. Die erste Antwort ist ein bisschen unpassend für unseren Charakter, aber die zweite heißt, er kann sich anschließen, aber wir haben keinen Platz. Naja, machen wir es wie vorher auch. Wir sagen, er kann mitkommen und dann schmeißen wir ihn wieder raus. Es ist an der Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. Ja. Wir sind sehr weit zusammengegangen. So, einen Schritt oder so. Vielleicht treffen wir uns ja mal wieder. Jo. So, ist schon ziemlich viel los hier um den Turm herum, ne? Na gut, aber ich werde trotzdem mal ein bisschen weiter aufdecken. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass das Pausieren, beziehungsweise die Zeitkompression hier nicht wirklich notwendig ist, weil immer irgendwas gab. Und, genau. Aber so ein Magierturm zieht auch alles Mögliche an. Also den einen Dieb, das ist verständlich. Aber warum dieser Waldläufer jetzt genau da gewartet hat? Naja, wir werden es nicht mehr erfahren. Zumal die NPCs hier auch nicht sagen, wo man sie wiederfinden kann. Das haben sie in Ballus G2 ja ein bisschen geschickter gelöst. Da kann man seine Partymitglieder schön immer durchwechseln, je nachdem, was man gerade braucht. Wenn man es denn möchte. Ich mache es meistens nicht, weil ich gerne sechs sehr starke Charaktere habe und nicht so ein Mischmasch aus allem. Aber, na gut. So, gucken wir mal da lang. Jetzt ist nur echt die Frage, wie lange wir uns jetzt hier unten aufhalten müssen. Also mit unten meine ich das Gebiet hier, weit weg von den bösen Manditen. Also wie lange wir uns hier auch aufhalten müssen, bis wir stark genug sind. Denn selbst wenn wir jetzt alle ein Level-Up hätten, das wären nur zehn Lebenspunkte mehr. So viel macht das auch nicht aus. Weil die hauen ja gut rein. Aber das müssen wir sehen. Also bevor ich jetzt wieder in das Gebiet da gehe, werde ich auf jeden Fall mit jedem ein Level-Up haben wollen. Das Bastard-Schwert-Plus-1, was schon ziemlich teuer ist. Da werden wir eine ganze Weile für unterwegs sein. Und vielleicht noch das zweite magische Schild. Das war zwar kein Turmschild, sondern so ein normales Schild, aber es macht ja fast keinen Unterschied. Und das wäre dann für Chirugam. Und Minsk. Der wird dann am wenigsten Rüstungsklasse haben. Und er hat auch am wenigsten Lebenspunkte. Da müssen wir uns eigentlich was einfallen lassen. Den einen magischen Ring hat er ja schon. Die Handschuhe machen Geschicklichkeit. Obwohl er hat Minus 2. Karl hat Minus 1. Nö, das ist okay. Das ist echt okay. Und Karl hat keinen Helm. Ähm, naja. Sollten wir unterwegs auch nochmal irgendwo aufsammeln. Die werden ja häufig genug fallen gelassen von den Banditen und Hop-Koblins und was weiß ich. Oder haben wir vielleicht sogar ein Immun-Inventar. Nö. Die Steine sind wieder alle. Und wir können die Heiltränke mal verteilen. Und Chirugam hat schon. Karl braucht sie meistens. Äh. Genau. Immun wird sie nicht brauchen. Aber er hier. So macht das mehr Sinn. Chirugam braucht auch Steinchen. Und wir geben mal Jahiras Helm an Khaled. Ja. So. Weiter, weiter. Eigentlich hatte ich das Gebiet hier recht, äh, schwierig in Erinnerung. Also es waren sehr viele Überfälle. Aber bisher ging's ja. Ah. Das ist doch schon eher das, an was ich mich erinnere. Auch wenn die Skelette nicht wirklich viel aushalten. Ah, wenn man ganz am Anfang hier hingeht, also da fängt das Spiel ja quasi erst richtig an. Wenn man dann gleich nach Süden gehen sollte hierher, ist das schon ein ganz anderer Schnack. Dann ist das ein richtig gefährliches Gebiet. Aber die Erfahrungspunkte sind okay. Wo sind die Damen? Da hinten. Auch wenn ich Jahira nicht irgendwie als Dame bezeichnen würde. Aber gut. So. Haben die was dabei? Ach ja, die Schädel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die brauchen. Ist auch ein bisschen makaber, die mitzunehmen. Hm. Na, lassen wir mal hier. Die Wurfdolche können wir mitnehmen. Und wir haben einen ganzen Rucksack voller Wurfdolche. Das könnte schmerzhaft werden, wenn er auf dem Rücken fällt. So. Na gut. Dann schaue ich mich mal weiter um. In diesem Gebiet müsste eigentlich nichts mehr wirklich Wichtiges sein. Das heißt, ihr werdet ganz viele Skelette umfallen sehen. Ja. Und jetzt habe mir das este. Und hier, das ist ein Schindler. Ich weiß nicht's bis recipe. Ich weiß nicht's. Vielen Dank.